BOOM! Auf den ganz normalen Boah, Alter, es lag bei mir Ja Ich glaube jetzt manchmal auch ein bisschen was hat man so Es lag ein bisschen Aber ich... Schaut uns Kettel Alter, aber der L.A. ist schon ziemlich brutal Mehr als brutal Ich würde eigentlich sagen Wir machen... Eine Fläche drüber, oder? Ja Also, über das Queryloch Aha, ja Zumindest mal dort drüber will ich Weil dort hinten will ich eigentlich weitermachen sonst Ohhhh Frame ein Bruch Ich habe noch 4 FPS Ich geh mal... ich mach mal Disconnect Halb Ja Beruhige dich meine Grafikkarte Wow, ich habe jetzt Explosive Mode Hm, ich will ja wieder auf Mining gehen eigentlich BOOM! Auf den ganz normalen Hört ihr das eigentlich wenn du was explodiert? Spann hat voll Freude dran So lag das bei mir hinten so Ich weiß es nicht So ist geil Komm mal zurück Oh wie geil Ey die Explosion ist so geil Ich weiß nicht wodurch Warte Hä lol Es lag am... es lag am Äh Wow Ey das kann man auch zum Kämpfen benutzen Ist so geil Ja, aber Weißt du denn was das gelegen hat? Wann was? Ähm Magnet Mode Ja, ja das dachte ich mir noch Was wenn das uns hier in eine Mauer reinmachen Wie so eine Mauer? Dass wir das nicht sehen müssen Ich hab so etwas von genug Kuppels ohne 24 Okay Macht ihr das mal? Ja, dann hol du Fackeln zurück Oh scheiße ich bin nur noch im Hover Mode Ach so gut Dann hol du Fackeln bitte Fackeln, ich auch noch 11 Okay Dann kannst du dich noch setzen So einfach hier Ja Meinst du hier einfach setzen? Ja Okay gut Ah noch hier Hinten müssen Oh scheiße Ja gut, ich mich aber auch noch Ich habe ca. über über 20 Stacks glaube ich Ich hab noch Coole und so Akku-Forsch Boah ey, was wir jetzt hier gerade gemacht haben der Mining Lake ist einfach so geil der macht so Spaß also nicht die ganze Fläche zu ich muss schnell meinen Mining Lake und mein Lab Pack auffillen gehen Alter, einmal auffillen und das Ganze ist gleich leer ja, fast leer also bei mir hat es immer noch wow, 99.000 drin 99.000, okay warte, ja der Mining Laser insgesamt hat 200.000 ich weiß nein, 20.000 200.000 DU ah, 2, okay, du zahlst sonst wäre der so schnell leer, ja, okay, stimmt aber auch so ist er übelst schnell leer kommt drauf an, was für einen Mod du hast so, ähm ich denke mal, wir gehen hier nach hinten ZURIGOS LASER ZURIGOS LASER, aha lol Deine heißt einfach Meinungen LASER Deine heißt, äh, dein Lab Pack heißt Sven's Lab Pack und jetzt? ja, und jetzt? was denn mit ZURIGOS LASER Quatsch? ups, ich hab's falsch geschrieben ZURIGOS LASER nein, nein, ich hab das Ruhe vergessen ZURIGOS LASER ZURIGOS LASER ZURIGOS LASER ZURIGOS LASER scheiß und das hat mich 7, äh, erfahrungspunkte gekostet ist mir eigentlich scheißegal ist mir doch scheißegal ist eben doch scheißegal ne, so Klappe gehalten ich halte meine Frags mit dem Land mein Bestes einfach das geiler dass wir schnell die ZURIGOS LASER wir müssen ja Platz machen für die Kursie das können wir einfach so gut mit dem Leinen Gläser Alter, was machst du? Hör auf! wieso, wir müssen das hier drüben hier aufbauen das ist nicht fast, die Sven sicher nein wieso nicht ich will die Quelle hier hinsetzen das ist ja ein Dings du, ich dachte, du würdest in ein Feld von 64 x 64 ja, aber nicht hier warte mal, habt ihr das hier hingesetzt? oh, scheiße was? ja, das hab ich hier hingesetzt so so das ist schon hier hat sicher so ein Spawner so Sven, du kannst mal auf die, geh auf die andere Seite ich muss mal das Klaas ziehen jetzt müssen wir alles zudecken ja, nein nicht unbedingt wir müssen das gar nicht machen aber ich will es machen nein, wenn es jemand hier hat man schon gedengst wie hat man gedengst die Quarit ja, gut weil wir eh so viel Cobblestone haben ja, ne, okay machen wir es nicht zu machen wir es nicht zu weil wir können Cobblestone gut verwenden für you, you matter aber 1, 2, 3, 4 mach es auf jeder Seite 4 breit na dann du bist jetzt erst 3 breit ne, bei dir ist es auch schon 4 ähm ne ich hab jetzt aber nur 3 achso, mit dem, äh, okay mit dem dazugerechnet dann okay hier hinten sind es dann Sven, du machst ah, halt doch nicht okay so, sind es auch gleich 4 wow machen wir einen Zaun rund rum oder auch nicht scheiß auf den Zaun Jakob, was machst du? ah, warte okay was? was du auch immer machst hier ja, ich muss ja Strom verlegen ähm warte, das ist der Zuma das ist der auf die Energy Bridge wieso habe ich nur 140 FPS keine Ahnung na dann geht's die Quarry ich? gibt's die aber nicht ich wollte nur fragen ja, äh, Sven müssen wir unten noch die Rohstoffraub bauen äh, welch, wo? ne, mach ich nicht wieso nicht? okay wenn wir es nicht ja, ich seh jetzt gar keine so wertvolle zwar auch Kohle ich hab Lapis ich hab Lapis ja, Lapis ja, Lapis und dahinter hatte ich, äh, Rubies und Gold ja, ich hab auch schon ein bisschen Rubies abgebaut und so hier ja, ich hab auch schon ein bisschen Rubies abgebaut mhm und Saphir aber ja, wir können jetzt eigentlich die Rest der Arbeit einfach dem Quarry überlassen Machen wir dir so ein riesen Feld ja, 64 x 64 okay, okay, das wär gut ist das Maximum oder so? verdammt nochmal 64 x 64 ist das Maximum oder so? ist das Maximum oder so? ja wirklich? okay ich wusste nicht, dass das ein Maximum hätte sonst wäre, äh, wir haben den können übertreiben so, das hätten wir gerade ein bisschen übertrieben drums 64 x 64, oder? ja das ist groß das ist sehr groß diese Fläche, die wir hier gemacht haben wie groß war das? also, was machst du? selbst müssen die Landmarks dran selbst müssen die Landmarks dran Sven es ist so ich heiße Jakob ganz smart ich sag ihr, wir müssen zuerst mal die Landmarks dran tun halt die klar es ist wirklich so es ist wirklich so er spielt wieder mit dem Laser-Kammer Sven das war klar das war klar ich will, ich will ein bisschen bist du hin? ja, du willst ein bisschen, dass bei dir wieder rum lagern ne ne ne, eigentlich nicht Sven, jetzt kannst du zurückkommen dich gleich wieder geh auf die andere Seite und schießen wir uns gegenseitig ein bisschen ab aber was schon, dass ich explodiere, explosiv sind haue ich soll noch jetzt kommt Leute ihr baut noch so ein scheiß Teil hier hinten in diesem Prozesse nach unten ist die gar nicht auf die oder hier kommt, äh, jetzt können wir einfach äh, jetzt können wir einfach äh, nein, können wir nicht jetzt können wir einfach eine in diese Richtung, eine in diese Richtung und so macht das jetzt mit dem Mining Laser Autsch! Mache ich ja mit dem Mining Laser Was ist schon wieder das normale bei Mining Laser? Mining? Mining? hinten Das kommt nach Explosiv ok, gut wie weit eigentlich? hm, keine Ahnung, ich weiß nicht wie weit die LendenキャutMcKatten ja, wir haben sicher schon über 64 x 64 wir können einfach mal 고�ri hooked können wir unten auch noch eine Charging Bench ran tun für was ah das nicht ah scheiße wir müssen was entfallen wir müssten gar nicht in diese Richtung in diese ein in die eine Richtung hätten wir jetzt gar nicht müssen scheiße wenn wir geradeaus müssen was war ich oh mein jetzt habe ich vergessen was ich eigentlich machen wollte aufladen wahrscheinlich aufladen was aufladen? der in die Truss jetzt weiß ich noch nicht ist wenn wir können so nicht wenn wir nach vorne müssen die Leidenschaft von der Köln kommt Ich hab keinen Saft mehr, aber ich hab noch mein Labpack. Okay, ich bin eigentlich genug weiter... Schon wieder so weit nach hinten. Denk ich auch. Ach gut, jetzt weiß ich, was ich machen wollte. Es ist wieder in den Sinn gekommen. Ich wollte meinen ganzen Cobblestone in die Piste rein tun. Oh, da! Du bist gestorben. Du bist gestorben. Oh, scheiße. Ja, ich hatte mein Shredpick nicht an. So geil. Ich find's einfach voll lustig, so. Ja, der rennt einfach voll rein. Hast du wohl nicht dran gedacht? Oder? Hm? Du hast nicht dran gedacht, oder? Weil sonst hat's ziemlich dumm ausgesehen. Nee, ich hab nicht dran gedacht, dass ich... Ja, ich dachte irgendwie, dass du nicht dran gedacht hast. Meinst du? Wirklich? Ja. Äh, Jakob, wo ist du jetzt eigentlich? Ich? Mhm. Oh, man. Hat jemand Wasser? Natürlich hab ich kein Wasser. Nee. Du brauchst nicht so zu. Weil über der Quadratzer sind da aber sehen. Ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Kein. So, ich soll es gehen. Ich hab's nicht so gut. Ach, schoss. Schuss. gut ich komme auf so ich habe meine Sachen wieder fuck der bullshit ich bin einfach voll rein ah ja zu geil ne er kommt was machst du der okay wenn ich mal setzen beim Max was eigentlich hier geht es was eigentlich so muss man die setzen weil die quale sonst ein kleineres generiert was du willst das wollen wir ja nicht ach so kann man noch größer als 64 mal 64 also wir machen einfach das maximus jetzt geht ja auch uns das maximus ja so wie du ja eben das sollte eigentlich schon 60 mal 64 so eigentlich aber du bist ja nicht sicher klingt irgendwie so wir müssen mal ausprobieren mal kurz zurück warte wenn hier ein landmarking kommt gehen wir kurz weg bitte okay verbindet sich dann will es sogar noch weiter gehen denn laser siehst du auch oder jetzt weiter geht sogar noch weiter ja oha was können wir müssen es eigentlich gar nicht so rechnen so jetzt zum beispiel und einander und das wir können jetzt irgendwie ein bisschen ist einfach bis dort wo es ist ist es dann verbindet geht noch die drinnen endlich nein das nicht das wo bist du dir sicher weil es nicht geht weil ich vorher gesehen habe das nicht boah gott warte kurz hoffentlich boah haben wir hier Eier ohne Scheiß wirklich dann schmeiß sie rein 16 ich hab gleich übern Stack bekommen okay bis hier hinten warte gut Lola von hier geht's schon gar nicht mehr okay hier geht's auch nicht mehr kann ich mal ein paar Hühner umbringen ja aber kannst du sie dann wieder vermehren nicht so wie vorhin nur killen aber dann nicht mehr vermehren hier geht's noch hier geht's nicht mehr okay gut dann das ist das maximale dann müssen wir hier in die wand rein okay ich ah warte mach du Laser rein warte ich hab Low Range drauf ich hab nur okay warte ich mach mach warte äh kannst du mir nach unten doch bohren dort eins tiefer äh eins tiefer einfach so äh hier ja genau danke weißt du fitters aha wow ich komm wieder zu euch noch mal bitte ich hänge fest eigentlich mein genau hier vor dir ja kommt nicht drauf an wo wo seid ihr wir sind nach hinten gegangen warte sei es doch auf die Seite weil wir müssen war scheiße warte kannst du mal äh das Kopper abbauen und eins hier das hier wird also das sollte man geht nicht nein nicht das das gut ich brauche nicht und geht noch okay noch weiter nach hinten so wird es nicht mehr jetzt wenn wir einfach vor der Fresse ne na ich weiß gar nicht mehr ne Sven wir wissen nicht mehr so weit denke ich egal komm haben wir gerade genug zu viel ist aber auch nicht so warte mal ne vielleicht geht es vielleicht geht es noch mal hin hier geht es noch okay probier es mal zu hinterst und warte das ist der Baum geht nicht mehr hier warte okay hier hier geht auch nicht mehr okay von hier nach vorne mal geht nicht mehr geht nicht mehr und jetzt ist das maximale und jetzt auf die andere Seite jetzt auf diese Seite Sven mach Long Range welcher? auf hier hier in diese Richtung hast du Long Range? warte stopp ich muss Low Focus Long Range so warte kurz warte kurz dann geh eins tiefer rein und bau die untere noch ab oh warte ich komme von der anderen Seite noch ne okay mach du das boah ich habe nur Radium Sven ist nicht bei mir ich wer ist das? ich Jakob hat er das richtig laut eingestellt Hallo Jakob